Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Ja Leute, diese Folge ist aus dem Stream herausgeschnitten oder zusammengeschnitten, je nachdem. Wer gerne mal live dabei sein möchte, schaut einfach mal auf twitch.tv slash zargos unterstrich 13 rein oder auch hier auf dem YouTube-Kanal, wenn ich auch ab und wann live mit Rusty Rusty Rust. Das Ganze findet auf unserem eigenen Community-Server statt, weil da immer öfter mal Fragen kommen. Sucht einfach unter Server nach Zargos, ansonsten schaut in die Videobeschreibung oder kommt auf den Discord. Da findet ihr auch alle Infos dazu. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Mr. Bear, du musst jetzt hier rumdingeln oder was? Ja, Munition wäre gut, ne? Munition wäre gut! Nichts! Was ist das? wo wollen wir jetzt schon wieder damage gekriegt das hat mich nun mal nicht hochgehalten das hat mich nun mal nicht da wohnen wenigstens da wohnen gib mir ne smg oder sowas alter drei dicke jetzt mit einem halbautomatischen gewehr wird da wieder wild frech frech was hier so los ist so ich weiß ja das auch in der doppelberg So, da bringe ich mal eben in den Camper und dann machen wir die Log Crate hier. Zumindest ist das der Plan. Ich habe zwei automatische Gewehre mitnehmen. Verpässt dich Mr. Bear. Ja, den haben wir ja gesehen. Der war easy mit seinen Negern. Also den könnte man vielleicht ein bisschen hochstellen. So viel Spritzen brauchen wir da jetzt nicht. Da kommen drei Dicke. Entweder packen wir die über die Nieten uns um. Dicke Trash müsste ich noch. Alter, deutlich zu wenig Platz hier. Das ist Wurst. Für ein Magazin könnte es vielleicht noch reichen, die Haltbarkeit. Das ist gut. So, wo gehen wir denn hin, ey? Okay. Ja, 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 ist gut. Jetzt mischt sich er denn da jetzt noch ein, ey. Da ist die Overlay weg. Da ist die Overlay weg. So, wo ist der dritte? Das war es. Das war's für heute. Was war das denn für eine Aktion? Einfach hier quer durchfahren. Die Kiste brauche ich noch ein Momentchen. Das können wir hier ohne looten. Sehr gut. Seit wann steht die Elite-Kiste? Schon immer. Bild. Bist du hier gerade durchgefahren oder was? Nö. Ja, hau ab hier! Bestens Kisten wollte ich da nicht holen. Ja, hau ab. Aha. Tüb, 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 tüb. Kein Platz für nix, ne? Weiß ich auch nicht. Das Kampf-Messer kann weg. Jetzt nehme ich das Feuer-Monikern weg. Ruhig, 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 ne? Taucherbrille, ey. Da bewirken wir. Binste bei jedem Zombie. Binste bei jedem Zombie. Gut. Abfahrt. Können wir scrabben. Ja, ich überlege gerade, wegen Tag-Trash könnten wir natürlich scrabben, aber wenn wir halt irgendwie... was könnte man weg... Also 17-Tech-Trash in Berlin. Ja, aber wenn wir halt echt irgendwie loslegen wollen, brauchen wir den Mist halt. Ja, du brauchst aber auch Scrab, um den ganzen Scheiß erstmal zu leeren. Ja, ist ja klar, aber das kriegen wir ja irgendwo anders auch her. Wie du meinst. Ja, ich könnte natürlich noch nach unten gehen, aber... Ne. Ich weiß auch gar nicht, da brauche ich auch, glaube ich, alle drei Karten, ne? Ne. 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 Platz da! Ja, ich denke mal ich mach gleich noch mal ein Militär-Tunnel, ich werd jetzt erstmal nach Hause ballern. Kannst ja auch mal unten machen, im Eis. Aber da muss ich vorher noch ein paar Spritzen herstellen. Ich weiß, was da auf einen wartet. Achso, und deswegen willst du das nicht? Ja, doch klar, will ich das aber nicht jetzt. Er sagt ja auch keiner jetzt. Da muss ich vorbereitet für sein. Du könntest ja mal sagen, was man braucht, um hier Spritzen und Verbandskästen zu automatisieren. Ob ich da irgendwas besorgen kann oder so. Nee, wir müssen halt den ganzen Mist erstmal freustellen. Nee. Ich hab ja schon ein bisschen was gemacht. Okay. Ja. Lass ich gleich mal gucken. Der kann halt irgendwie ne Picke in der Achse stecken oder so. Ich dachte mir, dass eben ein Zombie da dazwischen nimmt. Was ist hier los? Der ist noch gefährdet auf die Straße rum. Aber du brauchst gar nicht so gewachsen da. Wie viel Heldys wollen sie kassieren? Alle. Ja, ich hab schon wieder Rondale da unten. Rosti ist hier und dein Wohlergen besorgt. Soll ich dir ausrichten? Mhm. Oh, Haiku geben die. So geil. Was hat er hier? Sieht mich nicht. Oh, Haiku. Läuft! 98 Haiku. Einfach mal so. Einmal kurz anhalten. Das fühl ich. Oh Gott, wir machen Rennen. Ich muss erstmal gucken jetzt. Okay, dann kannst du kein Rennen machen. Merkst du das? Ich muss auf jeden Fall über die Brücke, bevor ich hochfahren kann, oder? Eigentlich können wir jetzt auch hier rechts hochfahren. Nee, nee, du musst noch ein Stück unter der Brücke. Warum? Ich bin nicht doch hoch. Wehe und Servus, danke für dein Follow. Willkommen. Nicht cool hier, Eisbär. Und jetzt hab ich so ein Messer nicht mit. 1A eingeparkt. So, muss ich eh zweimal latschen. Besicherung bleiben eher. Hm. Der Rest muss auch nicht mehr nach oben. Das können wir natürlich erstmal hier, dass es nicht ist, ja. Ich hab mir gedacht, ich nehme mal einmal Tauchzeug mit, wer weiß. Vielleicht wollen wir ja mal tauchen, oder was. Trinken kann hier bleiben. Karten kann Einsatz hier bleiben. Das bleibt hier drin. Das nehmen wir mit. Spitzen können wir hier einsortieren. Keiner Perlentaucher. Da seh ich dich. Ja, 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 ja. Na, ich muss sowas noch zweimal latschen. Komm. Auf geht's, ab geht's. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, haut es gerne in die Kommentarbox. Und ja, wenn ihr nichts von Rusty Rust verpassen wollt hier auf dem Kanal, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne haut rein. Bis dann. Tschüssi.